Musik Unsere fast 90-jährige Firmentradition ist der Beleg für großes handwerkliches Können und Kontinuität. Der Stammsitz unserer Firma ist Salach in Baden-Württemberg und wird von Zimmermeister Matthias Heilemann geleitet. Die Niederlassung in Freiberg in Sachsen wird von Konrad Moser geführt. Jörg Moser obliegt die kaufmännische Leitung des Gesamtbetriebes sowie die Sparte Photovoltaik. Unser Leistungsangebot erstreckt sich über die gesamte Bandbreite eines klassischen Zimmerei- und Holzbaubetriebes. Klassische Zimmererarbeiten wie zum Beispiel Dachstühle, Sanierung, Dachdeckung, Fertigdachelemente, Photovoltaikanlagen, Aufstockungen, Häuser. Bei der Ausführung unserer Arbeiten sind wir stets darauf bedacht, unseren Kunden optimale Lösungen anzubieten. Wie zum Beispiel die von uns entwickelten Moser-Fertigdachelemente. Mit diesen beim Patentamt angemeldeten Dachelementen werden in den neuen Bundesländern sogenannte Betonsparndächer kostengünstig, zeitsparend und rationell saniert. Die Elemente werden in unserem Werk in Hirschfeld vorgefertigt und dann auf der Baustelle mit dem Kran auf die vorbereitete Dachfläche aufgelegt, so dass nur noch die Ziegel aufgebracht werden müssen. Seit jeher ist es unser Bestreben, Bauteile im Werk vorzufertigen. Geradezu prädestiniert für die Vorfertigung ist der Holzrahmenbau, den wir mit wachsendem Erfolg beim Bau von Häusern einsetzen. Der Ablauf ist denkbar einfach und die Fertigstellung erfolgt in kürzester Zeit. Entweder Sie kommen mit Ihren fertigen Plänen zu uns oder Sie nehmen die Leistungen einer unserer Architekten in Anspruch. Gemeinsam besprechen wir die Planvorlagen und gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein. Danach erhalten Sie von uns ein Festpreisangebot. Die wesentlichen Vorteile einer Vorfertigung liegen darin, dass die Bauteile im Werk qualitativ hochwertig und kostengünstig hergestellt werden können und dass die Montagezeit auf der Baustelle denkbar kurz ist. Schon nach zwei Tagen steht der Rohbau. Sofort nach der Montage der vorgefertigten Bauelemente können die Folgegewerke mit ihren Tätigkeiten beginnen. Und schon nach sechs Monaten können sie in ihr Haus einziehen. Sofort nach der Musik Sofort nach der Gästeitig